hallo herz willkommen zu den fortanha job heute am sonntag den 12 februar und erstmal hier krieg ich schon unser spray weil wir auf twitch heute was geschaut haben und drops bekommen haben sieht doch nett aus spring noch mal alles klar merci und dann müssen noch nicht ab in den shop hinein ok hallo wir fangen mal oben an da haben wir uns startet und zwar jetzt entscheidet nach 22 tagen so wieder da gar nicht so lange er meine maus ist weg so gucken wir einmal hier haben wir nathan drake chloe frazer und die haben glaube ich noch weitere stile aber hier noch in so einem dunklen und sie hier hat sogar zwei weitere einmal hier ohne jacke und einmal in the lost ledge ziehen so dann haben wir hier ein backlink dazu eine axt gebrauchte säbel doch wirklich gebraucht aus wo der gebraucht wäre dann wäre vielleicht nicht so rostig dann haben wir im mode und einmal den gleiter wie gesagt alles nach 22 tagen zurück hier natürlich als einzeln und dann gucken wir uns hier einmal die jones das paket an da haben wir an das paket ist neu ja neu ja noch nicht gesehen einmal jones der zweite den habe ich auch nicht jones den ersten behaglicher jonesy relaxed fit jonesy und hier haben wir noch gestranter jonesy das heißt den einen kann ich für 400 kriegen kapitel 3 season 2 ok er ist dann nach 45 tagen zurück jonesy der erste nach 40 tagen jonesy der zweite wieder nochmal dann haben wir behaglicher jonesy der ist nach 49 tagen zurück und relaxed fit jonesy nach 39 tagen und der gestrandete jonesy nach 32 tagen so hier dann alles nochmal einzeln und dann machen wir heute hier mit den vorgestellten namen und den schnüffler nach 55 tagen zurück hier mit seinem beweisematerial tasche als wegbringen dann haben wir die detektivin auch nach 59 tagen zurück die hat hier einen vertraulichen fall als backlink dann haben wir mit seinem hinweis detektor auch nach 59 tagen zurück genauso wie die lupenhacke die finde ich auch ganz nice dann haben wir das auto als geleiter ziemlich groß wie gesagt alles nach 59 tagen zurück dann haben wir fastball ist nach 41 tagen zurück hier mit dem backlink dann haben wir den schlagmann auch nach 41 tagen zurück backlink dazu dann haben wir durchschlagender erfolg nach 41 tagen zurück nach 41 tagen zurück dann haben wir uns zurück backlink der ist nach 68 tagen wieder da die null hacke und drehen so auch nach 68 tagen dann haben wir in der nächsten zeile farbenangriff paket 37 tagen zurück hier einmal farbenbomber den farbencanonia tasche der freude regenbogenwucht und der gleiter farbenballon alles wie gesagt nach 37 tagen zurück dann haben wir hier täglichen aber die pfadfinderin nach 86 tagen zurück rabatts nach 532 tagen mit weiteren stil und hier muss ich mal einzeln angucken dieser dunkler der ist cool das ist auch ein bisschen aktiv genau und das backlink dazu wie gesagt nach 532 tagen ist er wieder da dann haben wir die agilen klingen die sind nach 82 tagen zurück party rat nach 54 tagen nach 54 tagen und rasender ansturm nach 43 tagen nach 43 tagen spaciger groove das seltenste heute und nach 785 tagen zurück das seltenste heute und nach 785 tagen zurück ja dann haben wir die ganzen dragonball sachen die kittleroi heißen sie noch geschichten aus dem animus paket king james mal home die nfl skins schiedsrichter hier noch flower power allen dienstag der kommt auch immer näher mal gucken dann haben wir hier noch die superhelden ja das war's mit dem shop für heute ich wünsche euch einen schönen sonntag mahalo bis zum nächsten mal Ciao Euer Sam Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017